Mit der Supreme Edition 2010 verkauft High-End-Computer einen Komplett-PC für den Computer-Enthusiasten. Auf der Vorderseite ist über dem Blu-ray-Brenner ein Steuergerät von Aqua-Computer eingebaut. Mit dem Aquero können Sie die Wasserkühlung des PCs kontrollieren. Hier regulieren Sie die Drehzahl der Lüfter und lesen die Temperaturen der Komponenten aus. Alle modernen Anschlüsse sind an dem Rechner vorhanden. Inklusive eSATA, USB 3.0, Firewire, HDMI und DisplayPort. Das pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse stammt von Silverstone. Es hat die Bezeichnung TJ07. Hauptprozessor, Northbridge und Grafikkarte sind wassergekühlt. Im unteren Teil des Gehäuses liegen die Pumpe sowie ein großer Radiator. Der Hauptprozessor ist ein Intel Xeon W3520, für den Intel eigentlich eine Taktfrequenz von 2,66 GHz vorgesehen hat. High-End-Computer hat den Chip jedoch auf 4 GHz übertaktet. Dank der zwei ATI Radeon HD 5870, die im Crossfire-Modus betrieben werden, können Sie jedes Spiel mit maximalen Qualitätseinstellungen flüssig spielen. Mit den 12 GB Arbeitsspeicher sind auch speicherintensive Videoschnittarbeiten kein Problem. Der Rechner verfügt des Weiteren über 2 TB Festplattenspeicher. Programme und Betriebssystem sind auf den beiden SSDs von SuperTalent installiert. Die sind im RAID 0 verbunden und bieten 60 GB Platz. Windows 7 Ultimate ist in der 64-Bit-Version vorinstalliert. In der vorliegenden Konfiguration kostet die Supreme Edition 2010 bei High-End-Computer 5300 Euro.